hallo mein name ist christian walter von trade vola und aufgrund der vielen kommentare der letzten videos haben uns entschieden etwas zu den informationsdiensten und informationsbenachrichtigungen bei interactive book bei der tbs darzustellen so dass sie auch hier alle informationen auf dem handy oder per e mail erhalten und wenn sie keins der nächsten videos verpassen wollen dann bitte subscriben sie hier zu unserem channel weil solche dinge wäre natürlich auch in zukunft immer wieder aufgreifen und ansonsten ist es in der tbs recht einfach wenn sie informationen benötigen haben sie hier oben den button das menü info sehen sie in der regel auch ob noch informationen vorhanden sind die heute wichtig sind gerade wenn der markt mehr als zwei prozent nach unten geht kriegen sie immer automatische meldungen was sie hier ein und ausstellen können und ansonsten finden sie alles unter den beeinstellungen oder bearbeitungsbutton wo sie dann genau sehen zum beispiel jeden einzelnen trade wenn sie da eine e mail eine sms bekommen wollen können sie das direkt hier einstellen alle anderen dinge was earnings anbelangt was berater oder auch rating agenturen anbelangt wenn sich da irgendwas bei ihren positionen ändert können sie hier wirklich alles einstellen das heißt wenn sie hier mal nach unten scrollen sehen sie wirklich eine sehr große liste von dingen die hier als nachrichten abrufbar sind das können sie dann alle in ruhe einmal hier durchgehen auch veränderungen für ihr konto selbst und ganz wichtig vielleicht gehen wir noch einmal nach oben können sie natürlich auch festlegen wo das ganze dann wie in welche form auf ihr handy kommt oder per e mail ihnen übermittelt wird und ich glaube gerade solche dinge sind interessant wenn man auch viel unterwegs ist und das spielt jetzt auch keine rolle ob die tvs offen ist oder ob sie überhaupt mit der plattform arbeiten das ist genauso für das ibkr mobile app oder für die für den webtrader von daher wichtig dass man diese infos bekommt weil das hat nichts damit zu tun ob die plattform offen ist oder nicht diese meldungen kommen automatisch dann auf ihr handy oder per e mail von daher würde ich mich freuen wenn sie unseren kanal abonnieren so dass sie auch in zukunft keines dieser videos verpassen und wünsche ihnen noch eine angenehme zeit bleiben sie gesund und vielen dank